Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu meiner Sendung Das Hass Paradoxon. Warum Hass heute immer mehr wird in unserer Gesellschaft? Wie so häufig beginnen solche Themen relativ harmlos bei mir. Hier seht ihr mein E-Mail Postfach. Ich habe eine Mail bekommen von der Zeit. Die hatte ich kurzzeitig mal abonniert auf Empfehlungen von irgendjemandem. Aber die haben in ihrem Forum so viel geblockt und so viel gebannt. Das war ja furchtbar. Du konntest ja gar nichts mehr kritisieren oder gar nichts mehr eine ablehnende Haltung einnehmen, ohne dass du irgendwie gelöscht wurdest und dann so mit dem Hinweis, das ist unerträgliche Hass, das dürfen sie ja nicht, so nach dem Motto. Aha, okay, gut. Übrigens war der Stein des Anstoßes der eine Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ein Kommentar von mir, das ich Greta Thunberg nutzlos finde. Mittlerweile mag sie der Mainstream auch nicht. Aber damals war das natürlich Hass, schrecklicher Hass, schlimmster Hass von mir. Und heute ist es völlig in Ordnung, dass die Zeit Greta Thunberg hatet, weil sie sich für Palästinenser einsetzt. Naja gut, okay. Das nur so als kleines Appetittäppchen vorweg. Und jetzt empfiehlt mir Giovanni Di Lorenzo, diese ölige Beefy, irgendwelche Artikel aus seiner aktuellen Ausgabe. Gefährlich ich. 50 Jahre nach ihrer Fahrprüfung, bla bla, lässt sich eine Autorin erneut auf ihre Fahrtüchtigkeit testen. Sollte das für alle jenseits der 70 verpflichtend sein? Nein. Ich verstehe gar nicht, warum die Medien mit aller Macht heute so eine Kampagne führen gegen alte Menschen und dass sie kein Auto mehr fahren sollen. Dann haben wir hier Erich Kästner warnt vor den Nationalsozialisten. Aha. Oho. So, so. Den entdecken wir gerade jetzt wieder. War es ein Zufall aber auch? Er sah seine Bücher brennen, doch er blieb im Land. Das ist doch mal ein echter Patriot, dieser Erich Kästner. Dazu kann man nichts sagen. Außerdem kann ich erinnern, wir haben in der Schule Geschichten von ihm gelesen. Er war schon cool. Ja, geliebter Kinderbuchautor und man kann den politischen Kopf neu entdecken. Aha, so, so. Lass mich raten. Er war damals auch schon gegen die AfD und gegen die CDU und überhaupt. Alles, alles Nazi. Dann hier der Knüller. Sarah Spritz ist eine der erfolgreichsten Autorinnen Deutschlands. Ihr Genre New Adult. Liebes Romane für Menschen unter 25. Damit niemand beim Lesen verletzt wird, schauen bis zu 5 Sensitivity Reader. über ihren Bestseller. Jetzt mal ohne Misszuschauer. Das verletzt mich. Versteht ihr? Das verletzt ja so meine Gefühle. Ich armes Schwein. Hab vier Romane veröffentlicht. Ich hab ja noch nicht mal einen Lektor, der meine Romane einfach nur so Korrektur liest. Die Frau hat bis zu 5 Sensitivity Reader, die nichts anderes machen, als ihre Texte zu lesen und sich das Gehen auszudrücken, wann und wo und wie könnte sich jemand verletzt fühlen. Alter Schwede, wir müssen im Paradies leben. Das ist das Bullerbübel, versteht ihr? Das ist das Wolkenkuckucksheim, von dem wir schon immer geträumt haben. Eine Welt ohne Hass, ohne Verletzungen, ohne Geschenkungen. Wir sind ja alle so nice, versteht ihr? Wir sind so nice. Wir könnten gar nicht noch nicer sein. Alles ist so nice, Alter. Es ist unglaublich, wie nice die Welt ist. Aber irgendwie, wenn ich es mir recht überlege, nein, nein, irgendwas stimmt da nicht. Weil je mehr Sensitivity Reader wir haben und je mehr wir irgendwie darauf bedacht sind, uns gegenseitig nicht zu verletzen, desto mehr verletzen wir uns. Fangen wir mal mit einem ganz simplen Beispiel an. Zum Beispiel diese Body Positivity Nummer. Dass über irgendwelche Dicken gelästert wird. Und dass es irgendwelche Leute gibt, die Vorurteile haben und Dicke nicht mögen, das gab es ja schon immer. Aber gefühlt wird es heute mehr. Und gefühlt wird doch Riccarda Lang an jeder Ecke zerhätet wegen ihrem Körpergewicht. Das ist nur ein harmloses Beispiel, aber ich habe das Gefühl, je mehr Body Positivity wir haben, desto mehr Fat Shaming und Hass auf Dicke haben wir. Und dann hast du das ja auch im politischen Spektrum. Das hat ja total überhand genommen. Ich habe manchmal das Gefühl, 90% der Klicks bei YouTube sind irgendwelche Hassklicks. Weil ich kann jemanden angreifen und kritisieren und ihn runter machen, indem ich irgendwelche Schimpfworte benutze, indem ich ihn als irgendwas beschimpfe. Aber ich kann ihn ja auch sachlich in bestem Hochdeutsch und ohne ein einziges Schimpfworte zu benutzen, irgendwie runter machen, ihn kritisieren, ihn durch den Dreck ziehen, weiß der Geier. Und ich habe heute das Gefühl, irgendeiner macht Miep im Netz und sofort stürzen sich 100 Leute auf ihn und zerkritisieren ihn und zerhaten ihn und weiß der Geier. Und was hat das für einen Sinn, wenn du mal ganz nüchtern überlegst? Vor 20 Jahren waren die Menschen doch auch schon so wie heute. Die Welt hat sich doch in Wahrheit gar nicht so verändert. Aber irgendwie haben wir heute ein Riesenproblem miteinander. Du erinnerst dich doch auch noch an Satire vor. Das ist doch gar nicht so lange her, vor 10 Jahren, was Humor und Satire in Deutschland war. Und jetzt habe ich gesehen, jetzt regen sie sich bei X irgendwie auf über Bürmermann mal wieder. Diesen Vollhonk, diesen Pfosten. Der hat irgendwie eine Sendung gemacht und endet damit, ja, kritisiert die AfD und die FPÖ. Und meint, anstatt immer nur die Nazi-Keule zu schwingen, sollte man Nazis einfach mal keulen. Und falls ihr diesen Begriff nicht kennt. Und das bezeichnet die Notschlachtung irgendwelcher Viehbestände, um die Ausbreitung einer Seuche zu unterbinden. Jetzt wird natürlich Bürmermann sich darauf herausreden, Ja, das war ja alles nur Satire und es war ja alles gar nicht so gemeint. Aber bei so einer Person wie dem Bürmermann kommt es ja nicht nur darauf an, wie er es gemeint hat oder worauf er sich ausreden kann. Sondern bei irgendwelchen Menschen wird doch diese Botschaft im schlimmsten, erdenklichen Sinne ankommen. Versteht ihr? Es gab doch in den 90er Jahren, ich kann mich noch erinnern, als ich Schüler war. Da gab es ja damals schon die Republikan. Und damals gab es ja auch schon irgendwelche Künstler, die gegen Rechts waren. Und man ist irgendwie auf die Straße gegangen. Irgendwelche Schüler haben gegen Rechts demonstriert und so weiter und so fort. Aber so entgrenzt, unserem Hass freien Lauf gelassen, auch diese Partei haben wir nicht. Vor allem hattest du auch damals schon irgendwelche Frauen zum Beispiel, die so Sprüche rausgehauen haben, wie, dass sie irgendwelche Vergewaltige am liebsten umbringen würden oder sowas. Aber damals hat man halt den Kopf geschüttelt, dass sich irgendwelche Leute umbringen. Heute ergehen sich irgendwelche Leute in irgendwelchen Hass-Tiraden und werden dafür gefeiert. Ist doch klar, dass Würmermann an der Grenze, also er sagt es auf eine Art und Weise, dass man ihn juristisch am Ende wahrscheinlich nicht kann. Aber seine Fans werden natürlich die Botschaft in den richtigen und den falschen Hals bekommen. Ist doch logisch. Ist ja Quatsch, das nicht. Und dasselbe Spiel spielt doch heute auch ein Björn Höcke, wenn er zum Beispiel sowas sagt wie, wir müssen irgendwelche Leute in Deutschland ausschwitzen. Natürlich liegt nahe, dass er ausschwitzt meint. Und dann hast du ja auch zum Beispiel im Politbereich, das heute zum Mord an Putin aufgerufen wird. Das entlockt uns ja nur noch ein müdes Gähnen, so nach dem Motto. Und es gibt jetzt irgendwie eine Kampagne, die von den USA ausgeführt wird, von irgendeinem komischen Think Tank, dass irgendwie alle Chinesen auf der Welt Einflussagenten einer bösen KP sind, die nichts anderes will, als die Freiheit und die Demokratie zu zerstören. Aber ganz ehrlich, das war auch das Narrativ der Nazis, mit dem sie, ich meine nicht genau das gleiche, aber es lief auch irgendwie darauf hinaus, dass man damals die Verfolgung von Juden im Dritten Reich gerecht hat damit, dass irgendwie jeder Jude auf der Welt ein Agent der jüdischen Weltverschreuung ist. Das kann gar nicht anders sein. Versteht ihr, es gibt gar keinen unschuldigen Juden. Ja, selbst der hinterletzte Jude auf der Welt ist irgendwie böse, hat irgendwelche Hintergedanken, ist ein Agent. Und alles, was er tut, alles, was er sagt, egal was er macht, das geht nur darum, dich irgendwie in die Fahne zu hauen, dein Vertrauen zu gewinnen und mir dann knallhart eins reinzuwirken. Aber überleg mal, wenn die Welt wirklich so wäre, dann wäre die Welt ja eine Hölle. Es gibt auch gute Menschen auf der Welt. Es gibt auch irgendwelche Arschleche. Aber heute ist es irgendwie so, dass Menschen anscheinend immer mehr darauf konditioniert werden, sich gegenseitig zu hassen. Und die Frage ist, warum ist das so? Bedenke, vor 20, 30 Jahren gab es keine Sensitivity, aber es gab irgendwie auch nicht so viel Hass wie heute. Nicht im Real Life, nirgendwo. Heute nimmt das völlig überhand und ich frage mich, ob gerade dieses Sensitivity-Ding, weil verstehst du, auf der einen Seite hast du irgendwie, wenn du Frauen kritisierst oder irgendwas, egal was du sagst, gegen Frauen. Es ist irgendwie immer frauenfeindlich. Auf der anderen Seite ist es aber völlig okay, dass du als Frau abhittest, gegen Männer ist gar kein Thema. Natürlich ist es völlig in Ordnung, dass irgendwelche Demonstranten, irgendwelche AfD-Veranstaltungen blockieren, aber wenn die Grünen irgendwie blockiert werden von irgendwelchen Bauern, die protestieren gegen Özdemir und seine Grünen Gesetze, dann sind irgendwelche Grenzen überschritten. Das ist so furchtbar, müssen Gesetze geändert werden. Da muss mit der vollen Härte des Polizeistaates zugeschlagen werden. Das muss alles durchdrungen, zersetzt und zerlegt werden. Wie können diese Bauern des Wagens existieren? Und wie du siehst, macht der Staat mit. Verstehst du? Das ist doch irgendwie absurd, das ist doch irgendwie beängstigend und lässt nichts Gutes an für die Zukunft, wenn heute der Staat irgendwelche NGOs finanziert, die wiederum Demonstrationen, Blockaden und Boykott gegen die Opposition organisieren, völlig unabhängig davon, welche politische Richtung das ist, was du über diese Opposition denkst, geradezu irgendwelche Schlägerbanden finanzieren will, die im Zweifelsfall diese Opposition aufs Maul hauen, sie verfolgen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, wir leben ja aber in einer Gesellschaft der totalen Sensitivity und wir haben uns ja alle so lieb und es ist alles so nice und wir wollen doch denn nur den Planeten retten und wir leben im besten Deutschland aller Zeiten. Also irgendwie, für mich gefühlt, leben wir gerade im schlechtesten Deutschland aller Zeiten. Weil wisst ihr, was das Problem ist, was ich dabei sehe? Je sensitiver und je weichgespülter und biologisch abbaubarer unsere Gesellschaft wird, desto mehr weitet sich auch der Begriff aus, was heute rechts ist. Und das ist ja im Zweifel auch ein Nazi, ein Rechtsextremer, ein Rechtsradikaler, ein Rechtspopulist. Das ist heute alles irgendwie so eine undefinierbare, schwammige Substanz. Und wen sie jetzt eigentlich meinen, ob sie wirklich irgendwelche richtigen Nazis meinen, die so im Schlechtschritt irgendwo mit Springerstiefeln rummarschieren, ob sie irgendwelche Neurechten meinen, ob sie die AfD meinen oder ob sie im Zweifelsfall ist doch häufig auch mal die CDU gemeint. Hallo, der CDU-Wähler ist auch nur ein Mensch. Ich habe noch nie in meinem Leben die CDU gewählt, aber ich fange doch jetzt hier keinen Kulturkampf gegen irgendwelche konservativen Deutschlands. Das ist doch absurd alles. Und jetzt überleg mal, was passiert denn, wenn es morgen zu einem Regierungswechsel kommt? Du hast doch schon gesehen, wie das läuft. Zum Beispiel, der Maaßen war doch Chef vom Verfassungsschutz. Das ist ja ein Euphemismus, dieses Wort Verfassungsschutz. In Wahrheit ist es der Inlandsgeheimdienst zur Überwachung der Bürger. Muss man so sagen, wie ist es? Alles andere ist eine Beschönigung, ein Euphemismus. Maaßen war auf dem rechten Auge blind, das kann man nicht anders sagen. Jetzt hast du diesen Haldenwang, der ist auf dem linken Auge blind. Aber sollte so ein Geheimdienst nicht einfach nur alle Gefahren für den Staat bekämpfen und überhaupt keine Schläger-Trupps tolerieren? Weder solche noch solche, weil eigentlich wollen wir doch alle nur in Sicherheit leben und wir wollen unsere Ruhe haben. Und dieses ganze Sensitivity-Ding und dieses Gendern und all das, das ist alles Teil einer merkwürdigen neuen Ideologie, die am Ende unterm Strich immer mehr Wut und Hass produziert. Das ist paradox? Du musst mal Folgendes überlegen. Es gibt bei Medikamenten diesen sogenannten paradoxen Wirkungseffekt. Zum Beispiel, es gibt dieses Ritalin. Es gibt aber auch noch ganz andere Medikamente, die im Endeffekt genauso wirken. Wenn ein Mensch, der keine ADHS hat, Ritalin nimmt, dann wird er irgendwie fahrig und hektisch und er zappelt rum. Das kennst du ja bestimmt so. Das ist ja so das Klischee von irgendwelchen Speed-Konsumenten. Und wenn aber jemand dieses Ritalin nimmt, der doch dieses Syndrom hat, dann wird er irgendwie ruhig, konzentriert und gesetzt. Je nachdem, was für ein Typ Mensch das ist, bewirkt dieses Medikament zwei völlig sich entgegengesetzte Wirkungsweisen. Jetzt überleg mal, irgendwie soll ja die Gesellschaft immer besser werden und wir sollen uns ja immer mehr lieb haben und hin und her. Uns bloß nichts Böses sagen, uns bloß möglichst wenig kritisieren, aber unterm Strich, hetzen wir immer mehr? Also ich sage, das ist mal ganz pauschal. Die ganze Gesellschaft ist davon betroffen. Wir hetzen immer mehr, wir kritisieren uns immer mehr, wir machen immer mehr Kreben auf und so weiter und so fort. Jetzt stelle ich mir eine Frage. Vielleicht hast du ja eine Antwort für mich. Schreib es in die Kommentare, wenn du dazu eine Meinung hast. Macht der Staat und die Obrigkeit das bewusst? Oder sind die wirklich so dumm, dass sie es noch nicht bemerkt haben, dass genau dieses Ding, zum Beispiel auch so dieses kulturelle Aneignung, mich würde nicht wundern, wenn auf lange Sicht kulturelle Aneignung und dieses ganze geistige Konzept dahinter den Rassismus auf der Welt verstärken würde. Weil eigentlich sollten wir uns doch mit anderen Kulturen auseinandersetzen und sollten doch irgendwie ihnen nahe sein. Was ist denn so schlimm daran, wenn ein weißer Dreadlocks hat? Warum steckt hinter dieser geistigen Strömung und hinter dieser Idee der kulturellen Aneignung wirklich der Wunsch, eine Kultur, eine indigene Kultur zu schützen? Oder ist es nicht in Wahrheit der Hass, dass irgendwelche Menschen aus dem eigenen Kulturkreis Elemente dieser Kultur übernehmen? Das ist auch ein Paradox. Ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß auch nicht die Lösung dafür, aber ich weiß, dass es diesen Kausalzusammenhang definitiv gibt. Und deswegen rate ich dir, hör auf, sensitiv zu sein. Vergiss es einfach. Kritisier nicht wahllos irgendwelche Menschen, aber hör auf, irgendwelche Dinge nicht mehr zu sagen und irgendwelche Meinungen nicht mehr zu äußern, nur weil dir irgendjemand erzählt, dass es irgendjemanden verletzen könnte. Diese ganze Schiene ist eine komplette Fehlentwicklung und je früher unsere Gesellschaft damit aufhört, mit diesem ganzen Wohlfühlding, mit diesem ganzen Haya-Pop-Haya, mit diesem ganzen Sensitivity-Scheiß, desto besser. Mach's gut, lieber Zuschauer. Mach's gut.